Der Begriff Antibiotika-Einsatz wird vom Verbraucher wohl oft in Verbindung mit Landwirtschaft gebracht. Dabei ist es an der Stelle für uns Landwirte das Wichtigste, dass unsere Kühe gesund sind. Durch ganz gezielte Fütterung und modernste Technik können wir mittlerweile das Einzeltier genau im Blick behalten und ganz gezielt auf gesundheitliche Einschränkungen der einzelnen Kuh eingehen. Wichtig ist dabei, dass ein Tierarzt natürlich auch die Beschwerde der Kuh entdeckt und sein Okay gibt für den Einsatz von Antibiotika. Dabei ist es aber auch so, dass wir versuchen den Antibiotika-Einsatz so gut es geht zu umgehen.